hey leute willkommen zurück bei castle clash nachdem ich gestern leider nicht so aktiv war wie ich es mir gewünscht habe dadurch dass die temperaturen doch etwas unmenschlich sind bin ich heute etwas früher aufgestanden um ein video hochzuladen und zwar ist es zeit dass ich meine knapp 50.000 games verrolle ich habe heute schon was geupgradet eben ihr seht es oben auf fünf millionen gold als ein gold lager habe ich auf alle fälle mal geupgradet nichtsdestotrotz dazu kommen wir ein andermal ich würde sagen ich versuche den warlock zu rollen und zwar mache ich denke mal 15.000 schauen wir mal wie es läuft ich glaube ich denke mal 15.000 games und zwar nachdem ich ja beim single roll eigentlich nie was brauchbares krieg machen wir den dreier und wir sehen den durchtrainierten typen und die vollbrüstige frau sooo das ist schon voll das ist ganz mies dann werden wir ein bisschen platz machen so ja leider habe ich ein haufen epischer heldenkarten karten weißt du mir ist nur die karten habe ich noch da die ich irgendwie loswerden sollte aber das ist nicht so so ich brauche einfach mal die ganzen kleinen sachen auf so 50.000 ok ähm ja die werde ich irgendwann mal aufbrauchen aber nicht heute so wie viel platz haben wir jetzt 9 9 9 ist schon mal ganz gut ja dann geht es mal weiter beim rollen so ein haufen blau noch ein haufen blau und ein santa boom und zwei mal die schlangen lady ja santa boom habe ich jetzt auch schon oft gekriegt wobei da auch das problem war dass ich ihn zuerst am dringend gebraucht hätte und dann einfach nie gekommen ist nachdem ich ihn das erste mal hatte kommt er und 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 kommt er quasi jedes mal wenn ich versuche irgendetwas zu reißen sooo ihr seht jetzt sind schon die ersten 3000 gems sind weg ein legendärer schlumpf ist dabei sooo und es geht weiter ein paar pandas noch ein panda noch einmal der durchtrainierte und ein palhadin und ein palhadin ein palhadin ja mit dem kann ich auch nicht anfangen aber solange ein paar essenzen draus springen ist es ja nicht ganz verloren jetzt werde ich glaube ich ein paar single rolls versuchen so ich habe neun plätze frei also versuche ich mal ein paar single rolls der einäugige der einäugige nochmal der einäugige so wirklich ein haufen blaues zeug dabei aber aber es kommt einfach nichts rauchbares dabei raus so wie lang geht das rollen ein orc naja so jetzt habe ich schon zwei orcs hoch gezogen muss ich ganz ehrlich sagen dass mir der dritte eigentlich ähm dass ich den dritten eigentlich nicht brauche habe weil ich schon zwei verfüttert habe und bei den ganzen helden ist ja immer das problem also wenn die kein gutes talent haben wenn die auf die welt kommen kann man die ja nur verfüttern so ja dann versuche ich wieder ein paar dreier und jetzt habe ich doch die ersten fast die ersten 10.000 verrollt so fast schon verrollt so fast schon verrollt fast schon verrollt okay immer weniger Platz und leider ist das maximum schon erreicht falls die da nichts dann geendet haben Da haben sie nichts geändert, sonst hätte es ja aufgeploppt für 7000 Gems, dann kann sie dir 5 weitere Plätze kaufen. Das waren jetzt 10.000 Gems. Jetzt mache ich an dieser Stelle einen kurzen Break, damit das Video nicht allzu lang wird. Wir sehen uns dann im nächsten Video, da werde ich dann ein bisschen die Talent-Rolls machen und schauen, ob ich da was reiße und dann schauen wir mal, ob ich den Rest noch verrolle oder nicht. Auf alle Fälle sehen wir uns im nächsten Video, vergesst nicht den Channel zu abonnieren, vergesst nicht am Gewinnspiel teilzunehmen. Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich!